Hallo, hier zeige ich dir, wie du den PDF Tagesabschluss erstellen kannst. Sprich, du kannst ihn nicht nur als Boom erzeugen, sondern auch als PDF. Dazu klickst du einfach auf Tagesabschluss, klickst auf Erstellen und du siehst automatisch, dass du den Boom wählen kannst oder das PDF. Wenn du auf PDF klickst, bekommst du einen eleganten PDF-Bericht, wo du alle erforderlichen Informationen auf einem A4 hast und dieses ganz normal ausdrücken kannst. Bei Fragen wende dich einfach jederzeit an uns. Danke und liebe Grüße, dein Team von HelloCash.